Willkommen auf WOMO-Blog. Heute geht es um eure Urlaubsbilder und Videos, aber auch ums Bloggen. Den nachfolgenden Clip habe ich ursprünglich für das Team Camper Camp gemacht, das im September für Blogger stattfindet. Aber ich denke, das ist eigentlich auch etwas für euch, wenn ihr wissen wollt, mit was wir so arbeiten und warum. Ihr wisst vielleicht, dass ich auch als Fotograf arbeite und das schon viele Jahrzehnte. Ich kenne auch die Dunkelkammer von innen und Kodachrom 64 war für uns das höchste der Gefühle. Experimentiert wurde in Schwarz-Weiß und man konnte es kaum erwarten, die Bilder nach einigen Tagen dann entwickelt zu sehen. Lang ist es her und schön war die Zeit. Heutzutage ist das glücklicherweise anders und jedes Smartphone hat heute eine Kamera mit oft drei, vier unterschiedlichen Linsen. Dass man mit diesen gute Bilder und Videos machen kann, ist unbestritten. Die wirklich guten Aufnahmen kommen aber nach wie vor aus guten, soliden Kameras. Für Bilder schwöre ich auf Spiegelreflexkameras, auch wenn ich jetzt zu einer spiegellosen Canon 5RC gewechselt bin, die eine Profi-Videokamera mit einer Profi-DSLM-Kamera vereint. Unverschämt teuer, aber im harten Alltag bewährt. Aber es reicht eine einfache Kamera, wie diese Canon 250D im Urlaub, um außergewöhnliche Bilder zu machen. Und dann Lightroom und Co. ist die Nachbearbeitung heute viel einfacher wie früher in der Dunkelkammer. Und so eine Kamera bekommt man, wie auch gute Objektive, derzeit oft gebraucht für angemessene Preise. Also, es muss nicht immer das Neueste sein. Und um das gleich zu sagen, ohne Nachbearbeitung geht gar nichts. Manche Blogger übertreiben es dabei maßlos. Ich nenne jetzt keine Namen, aber der Erfolg gibt ihnen recht. Je bunter das Nordlicht ist, je quietschiger die Farben, desto mehr As und Os und viele positive Kommentare. Dabei drehen viele nur an den Schwarzwerten und fahren die Dynamik und Sättigung auf Anschlag. Aber wie ein Lehrer mal zu mir sagte, aus einem schlechten Bild wird kein Gutes. Aber aus einem Guten wird vielleicht ein sehr Gutes. Insofern müsst ihr euch mit dem Thema Nachbearbeitung beschäftigen und ganz sicher, um der wachsenden Bilderflut Herr zu werden, auch mit dem Thema Sortierung, Ablage, Sicherung und Verschlagwortung. Sonst findet ihr irgendwann einmal überhaupt nichts mehr. Dabei ist Lightroom seit der Version 1.0 mein Begleiter und es ist genial, was man auch aus einem einfachen Bild noch herausholen kann. So wie bei diesem Bild hier. Das ist schon im RAW-Format gut. Wenn man es dann bearbeitet, darf man es ruhig mal übertreiben und bekommt am Ende eine zeitlose Urlaubserinnerung. Die fotografischen Basics müsst ihr aber schon drauf haben und ein wenig gehört natürlich auch die Hardware- und Kameratechnik dazu. Die Basics bei Lightroom kann man übrigens gut mit ein paar kostenlosen Tutorials lernen und über Bücher und YouTube-Videos auch die Grundlagen zur Fotografie. Wie funktioniert ein Foto? Wie hängen Blende, Zeit und ISO zusammen? Und dann geht es natürlich um das Thema Komposition. Da kann man sich ein paar Anregungen holen, aber viel wichtiger ist, hey, geht raus und fotografiert. Sucht neue Perspektiven. Schränkt euch bewusst ein. Heute mache ich mal nur Teleaufnahmen. Heute gibt es nur Weitwinkel. Wie fülle ich den Raum? Wie erzähle ich eine Geschichte? Schaut euch die großen Künstler und ihre Bilder an. Warum gefällt euch das Bild? Erkennt ihr dort eine Komposition? Eine Linienführung? Macht der Fotograf das vielleicht sogar öfters in seinen Bildern so? Warum spricht euch das eine Bild an und warum nicht? Gerade das Thema Blickführung und Linienführung ist hochspannend. Ja, und dann probiert ihr das selber aus. Das macht natürlich mehr Spaß, wenn man eine vernünftige Ausrüstung hat. Wie schon gesagt, das muss nicht teuer sein und schon gar nicht das Neueste. Bei Videos ist es dann genauso. Erst müsst ihr die Technik beherrschen, die Kamera in- und auswendig lernen und dann natürlich rausgehen und ausprobieren. Was passiert, wenn ich das so oder so mache? Später dann ist auch hier die Nachbearbeitung wichtig. Eigentlich sogar wichtiger wie beim Fotografieren. Ich empfehle euch dabei das kostenlose Programm DaVinci Resolve und zu Beginn eine Einführung aus dem Web und dann einfach loslegen. DaVinci ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem sogar Kinoproduktionen gemacht werden. Also unterschätzt die Komplexität nicht. Aber man kann klein damit anfangen und dann wachsen und mit ein wenig Übung kommt man zu tollen und professionellen Ergebnissen und kann sogar auf langsamen Rechnern damit arbeiten. Und tut mir einen Gefallen, kauft jetzt bloß nicht die teuerste Kamera, die ihr kriegen könnt. Das Foto und der Video entstehen eben nicht in der Kamera, sondern dahinter. Wer glaubt, dass gute Fotografen und Filmemacher nur wegen der benutzten Technik gut sind, der unterschätzt das Momentum der Kreativität. Es braucht nicht die 500mm Linse und die fetteste Nikon. Dieses Bild entstand übrigens mit einer Kleinbildkamera mit Suppenzum. Oder umgekehrt gesagt, ich kenne genügend Menschen, die haben den kompletten Fuhrpark eines Herstellers, aber die Bilder sind nicht sagend und ausdruckslos. Und weil sie das auch merken, wird die nächste neue Kamera gekauft, weil die ja bessere Bilder macht. Das Bild wird auch heute noch hinter der Kamera gemacht. Und noch eins, tolle Effekte solltet ihr bei einem Film wie bei einem Dia-Abend, ja in der Show, genau ein einziges Mal zeigen. Beim dritten Ultra-Weitwinkelbild fängt es für den Betrachter an, langweilig zu werden. Und nun schauen wir uns mal an, was ich beim Team Camper Cam eigentlich vorstellen wollte. Diese Version war in den Machern mit 5 Minuten zu lang, zeigt aber gut, mit was wir derzeit arbeiten. Viel Spaß! Hi Team Camper Cam, ich bin Jürgen Rode von womo.blog und will euch kurz erzählen, mit was wir die meisten unserer Videoclips so machen. Auf womo.blog stellen wir nicht nur jeden Monat im Rahmen der Camping- und Wohnmobil-News und Neuheiten viele Produkte vor. Wir haben auch viele Bauanleitungen, Interviews, Produkttests und Reiseberichte. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Ansprüche an die Technik. Da ich auch als Fotograf arbeite, ist meine Hauptkamera eine Canon 5D Mark IV, die ich aber mit der neuen Canon R5C Ende März ersetzen werde. Hey, das wird sehr spannend. Warum Canon und warum 5D? Zum einen habe ich einen ziemlich großen alten Objektivpark gesammelt und lege dort den Schwerpunkt auf schnellen Fokus und hohe Lichtstärke. Gerade in der Sportfotografie ist mir das extrem wichtig und das macht auch bei den Filmen einiges her. Denn das Bouquet dieser Objektive ist immer etwas Besonderes und bei Blenden von 2 und weniger bekommt man die geniale Tiefenschärfe besonders gut drauf. Meine Lieblingslinse ist dabei das 24-70 2,8 und lasst euch nicht blenden, es müssen nicht immer nagelneue Objektive sein. Ich kaufe Objektive fast immer gebraucht und auch die älteren sind super. So wie dieses 28-300, das ich eigentlich immer bei Wanderungen und Touren mit dabei habe. Nicht ganz so lichtstark, aber das Perfekte immer drauf. Beim Privatverkauf auf Linsenpilz achten, ansonsten halten die Canon Objektive ein Leben lang. Ich liebe die Spiegelreflexkameras von Canon und arbeite seit vielen Jahren auf Hochzeiten und Großveranstaltungen damit. Die Haptik ist intuitiv und daher kann ich sie auch blind im Dunkeln bedienen. Und das ist extrem wichtig, wenn es darauf ankommt. Daher mein Rat, lernt eure Kameras in- und auswendig. Denn manchmal hat man nur eine einzige Sekunde und dann muss alles passen. Fast noch wichtiger ist mittlerweile für mich die DJI Pocket 2. Mit dem Funkmikro und der Funkstrecke. Das ersetzt zunehmend einen Field Recorder und meine rote Mikrofone. Extrem klein und unauffällig und keiner ahnt, dass man damit wirklich 4K und ja auch zoomen kann. Richtig gut. Die DJI habe ich immer in der Jackentasche und eigentlich auf allen Veranstaltungen auch einen Stick dabei. Damit lassen sich unterwegs ohne großen Aufwand schöne Kamerafahrten machen. Gorillapad, damit hänge ich es dann an Laternenpfahl, wird damit zum Stativ. Als Drohne benutze ich die Mavic 2 Zoom. Aber immer öfter die Mini 2. 4K und große Reichweite. Dazu winzig, da fällt man nicht auf. Und sie kann bei jeder Wanderung dabei sein. Dient dabei oft als schwebendes Stativ. Also ganz statisch bringt dann eine neue Perspektive. Es müssen ja nicht immer gleich Schwenks oder Kamerafahrten sein. Und wenn es wirklich schön werden muss, ja dann ist der Zoom der Mavic 2 einfach unschlagbar. Ach und von Insta360 habe ich oft die One X2 dabei. Das ist eine dieser 5,7K Kameras, die 360 Grad Videos aufnehmen. Damit lassen sich nicht nur coole Effekte einbauen, auch im Nachhinein die Perspektive festlegen. Ziemlich einzigartig, aber in der Nachbearbeitung echt aufwendig. Und man sollte wie auch in der Fotografie, in Clips mit solchen Effekten sehr, sehr sparsam sein. Sonst wird es schnell für den Zuschauer langweilig oder sogar nervig. Ach und eins noch. Guter Ton ist mir extrem wichtig geworden, weil viele Zuschauer sich ansonsten beschweren. Deswegen nutzt externe Mikros vielleicht sogar einen Field Recorder und dann wirklich gute Mikros. Ich habe viel Geld für billigen Kram ausgegeben und bin am Ende doch bei den namhaften gelandet. Also macht es lieber gleich besser. Ein Lavalier Mikro, wie das hier oben von Rode oder das NTG2 sind bei mir immer dabei. Die Funkstrecke muss nicht sein, aber verhindert das übliche Kabelgewehr am Set. Rode, stimmt, das ist die Verwandtschaft von mir. Zumindest erzähle ich, dass den Leuten immer sogar die Hotline dort bei Rode war schon beeindruckt, als ich mal ein Mikroproblem hatte. Stimmt natürlich nicht. Hört sich aber gut an. Ja, und nicht zu vergessen, Licht. Licht denkt ans Licht, zaubert mit einer Lampe einen kleinen Leuchtpunkt in die Augen und die Clips sehen nicht mehr so tot aus. Daher haben wir zum Filmen immer ein paar Leuchten dabei, nichts Teures. Die hier sind von Newer, tun seit Jahren treu ihren Dienst, laufen auch mit den üblichen Batterien. Soweit aus der Welt von Womo.blog. Viele Grüße und vielleicht sehen wir uns ja demnächst live oder ihr besucht uns mal auf unserem Kanal oder auf der Webseite www.womo.blog. Bis zum nächsten Mal.